Ihr seht eine etwas ungewohnte Ansicht, weil heute ist es mal soweit das allererste Replay von einem Flugzeugträger. Ja, dabei handelt es sich um die Taiho, die wir hier haben. Und von dem her bin ich selber sehr gespannt, was er hier anstellen kann. Es windet hier auf der Karte. Und in dem Fall kann ich euch leider nicht mal die Teamzusammenstellung zeigen, weil scheinbar hat hier das Replay da die Problematik, dass wir das nicht sehen. Aber gut, da müssen wir halt ohne klarkommen und wir schauen einfach mal, wie sich das da so verhält. Er hat auf jeden Fall genug Flugzeuge am Start, um ordentlich für Ärger zu sorgen. Da sieht man schon, die ganze Flotte bzw. die ganze Rotte ist da schon im Verbund unterwegs. Gegner ist noch keiner zu sehen, dementsprechend ist er hier noch ein bisschen am Scouten in der Form. Er hat hier drei Torpedo-Geschwader und zwei Jäger direkt dahinter. Bomber kommen auch noch, aber die sind nochmal weiter hinten. Und jetzt vielleicht die Atago. Und ja, da gehen die Torpedos direkt raus auf die Atago. Einige an... Oh! Wow! Hat er sensationell schon direkt gemacht. Sieben Torpedos, aber mal so einfach ins Ziel gebracht. Und die Atago aber mal mehr als leicht versenkt. Und das war schon mal direkt beeindruckend. Und er kriegt auch gleich das Craytao, also da hat er schon mal ganz klar den Support. Und jetzt hier... Die Jäger auf die gegnerischen Torpedos haut hier nochmal neun Flugzeuge weg. Also auch sehr nice. Und man muss einfach sagen, das ist halt dieses Thema Flugzeugträger spielen. Das ist so viel Micromanagement. Man muss wirklich so gut die Augen überall haben, dass das da läuft, dass das passt. Auch für mich zum Kommentieren nicht so leicht, weil ich bin es auch natürlich nicht gewohnt, das hier so im Fokus zu haben, wie man das denn da braucht. Auf jeden Fall hier gegnerische Jäger und Bomber. Deswegen lässt er seine Jägerstaffel doch... Der lässt sie angreifen, geht jetzt da rauf, die ersten zwei weg. Man hat auch gesehen, der hat sie mit der Fähigkeit, also wenn ihr alt gedrückt haltet, einmal durchfliegen lassen, da ist dann der Damage erhöht auf einem gewissen Korridor. Der ist ja damals neu verändert worden. Und jetzt glaube ich, wird er aber hier die anderen Flugzeuge verlieren. Vielleicht kann er ja noch einen mitnehmen. Die Rohn mit der Anti-Air hält hier ein bisschen rein. Da ist nochmal das nächste Flugzeug weg. Und jetzt ist er aber leer, keine Schuss mehr, muss also jetzt da die Flugzeuge zurückholen. Und da jetzt die Bomber könnten auf die Kagero gehen oder er lässt sie auf die Iowa. Es sieht so aus, als ob er sie auf die Iowa fliegen lässt. Und hier ein Treffer mit einem Brand, aber verhältnismäßig teurer Trade, wie ich finde. Für 1500 Damage. Und ja, da ist er jetzt. Die sind durch. Und jetzt, was macht er da mit dem Nächsten? Probiert das nochmal auf die Iowa. Es sieht so aus. Aber man sieht, ja, die Iowa, die hat einfach so krasse Anti-Air. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt probieren. Aber könnte natürlich auch jetzt den Zorn auf sich gezogen haben. Weil jetzt hat er natürlich die Torpedo-Werfer noch in der Luft. Auch natürlich die Iowa weiß, was da passiert. Die schießt jetzt auch schon fleißig da die Flugzeuge ab. Und jetzt muss er hier die Torpedos losbekommen. Die sind im Wasser. Schauen auch wieder sehr gut aus. Vier Treffen. Eins, zwei, drei, vier. Und ja, da hat es sich dann unterm Strich doch noch gelohnt. Hat einen mächtigen Schaden anbringen können. Und hat sich ein bisschen für seine Flugzeuge gerecht. Also wie gesagt, das ist alles seine Ansicht. Wir haben hier nichts verändert. Man sieht halt schon, dass es eine gewisse Hektik mit sich bringt. Also ich versuche euch das auch alles so gut als möglich einzufangen. Da Bomber von Gegnern in der Luft. Die gehen jetzt hier Richtung Iowa und Izumo. Haben der Iowa kaum was gemacht. Aber dafür haben die jetzt hier Probleme. Und auch er hat hier seine Flugzeuge am Start. Und hat hier direkt sieben abgeschossen. Also sehr, sehr, sehr fleißig. Direkt da mitgeholfen. Gut aufgepasst und gut gesehen auch. Die Kagero da offen. Die Izumo wiederum wird die ganze Zeit aus dem Rauch beschossen. Sieht man jetzt hier ganz gut in dieser Satellitenansicht. So und jetzt hat er hier wieder zu tun mit einer anderen Jägerstaffel. Aber die Tayo hat gute Jäger dabei. Also von dem her, die können sich schon wehren. Wobei eine der Gruppen ist schon wieder leer geschossen. Sieht man unten ganz gut. Aber die wurde jetzt eh zerstört. Also von dem her wird jetzt gleich die nächste Staffel gleich fertig gemacht. Und hier ist auch nur noch ein Flugzeug am Start. Jetzt muss er aufpassen. Hier sind die Torpedos von ihm. Da schießt er Richtung Kagero. Und der Sch... Ah... Ja, da trifft einer sehr gut. Und der zweite trifft auch noch. Und ja, super gemacht. Super gemacht. Weil er hat sie kreuzen lassen. Man hat es gesehen. Die einen greifen von unten nach oben und die anderen von links nach rechts. Sehr schön in Fächer geschossen. So kann man dem Gegner auch in dem Zerstörer ordentlich Schaden zufügen. Weil er einfach nicht so ausweichen kann, wie er es gerne machen würde. Weil er einfach in jede Ausweichrichtung immer Torpedos hat. Und jetzt will er hier auf die Fletcher gehen mit den Bombern. Oder nicht. Nein, sieht doch nicht so aus. Jetzt muss er aufpassen. Da sind schon wieder Jäger und jetzt doch die Fletcher. Ja, da hat er jetzt vernünftig getroffen. Hat auch da den Brand losgelöst. Und hier, da gleich den nächsten. Und vielleicht machen die den dann auch weg. So, und wenn er noch brennt, dann... Ja, dann ist auch der zerstört. Also hier sehr fleißig, muss man wirklich sagen. Der dritte Kill in dieser Runde, den er hier anleiert. Ja, die Izumo, die ist weg, die hat sich da so festgefahren und hat es da dem gegnerischen Flugzeugkrieger sehr leicht gemacht. Aber vielleicht kann er ja noch einen, die Flugzeuge von dem abschießen. Und er schreibt sogar, sorry, aber das ist definitiv nicht seine Schuld gewesen, dass die Izumo da so sich eingefahren hat. Aber man sieht, auch er ist hier ein ganz klarer Teamplayer, will hier seine Leute unterstützen, will hier aufpassen, dass er möglichst so schießt, dass auch seine Leute abgedeckt sind. So, da kommen wieder seine Torpedos-Staffeln an. Iowa haben wir vorher schon gesehen. Die ist teilweise sehr unangenehm. Und jetzt lässt er sie rein. Torpedos im Wasser. Da treffen... Boah, schaut mal, wie gut der trifft! Fantastisch, wieder vier Stück. Und jetzt die nächsten noch einmal auf die Hipper, sieht zumindest so aus. Und auch da noch einmal einen Treffer landen können. 18 Torpedotreffer bis dato. So, jetzt wird er da praktisch... Man muss auch so ein bisschen hier bei diesem Spiel besonders auf die Minimap achten. Weil das ist alles nicht nur... ...durch das Erklären und durch das Visuelle im Spiel zu sehen, sondern man sieht, dass es einfach wirklich nichts Leichtes ist, ein guter Flugzeugträger-Kapitän zu sein. Das bedarf einiges an Übersicht. Ah, und der Hipper, der Halser, leider gerade in Form eines nicht vorhandenen Damages gescheitert. So, seine Jäger spähen schon wieder. Aber das ist einfach natürlich schon sehr viel, was da in der Luft ist. Aber ist ihm egal, er lässt jetzt hier reinfliegen und hat hier drei wieder weggemacht. Und jetzt am besten zu den eigenen Flugzeugen oder, falls nicht vorhanden, natürlich Schiffen fahren, dass die mit der Anti-Erder unterstützen können. Und man sieht, das passiert auch. Izumo, Tirpitz und Fletcher schießen alle auf die Flugzeuge in der Luft. Und dementsprechend kann seine Jäger-Staffel da ein bisschen mehr noch vielleicht leisten. Auf jeden Fall hat er schon 30 Flugzeuge abgeschossen. So, und hier hat er schon wieder die nächsten Jäger direkt parat. Der Gegner denkt jetzt wohl, okay, Jäger sind alle weg, ich kann jetzt hier meine Torpedos ins Wasser werfen. Aber da hat der Gegner da ein bisschen falsch gedacht. Ah, leider nur einen erst mal mitnehmen können. Und die Izumo frisst da zwei Torpedos leider. Schade, ein Flugzeug mehr und er hätte nur einen Torpedos abbekommen. Die Izumo kriegt wieder ein paar Böhmchen ab, zwei Stück und ein davon setzenden Brand. Aber ich denke mal, genau, die werden zerstört werden, dafür war einfach ihm viel zu viel am Hintern. Oh, jetzt natürlich da direkt der Beschuss von den Jägern und die Izumo dreht schon auch bei. Also jetzt eine Opfer da so gesehen dafür, dass die anderen beiden durchkommen. Und die schauen wieder mal sehr, sehr, sehr gut aus. Das ist Wahnsinn, guckt euch das mal an, sieben Zieltreffer, acht Stück. Unglaublich, unglaublich, was er hier abfeuert und wie gut er hier den Flugzeugträger spielt. Das ist einfach sensationell. Sehr, sehr, sehr gut. Das Spiel ist auch mittlerweile ganz klar zu Lasten von seinem Team, beziehungsweise zugunsten von seinem Team, so ist es richtig gesagt. Sein Team hat hier noch sechs Schiffe, das Gegnerteam lediglich noch drei, davon zwei Flugzeugträger. Also unter normalen Umständen dürfte da eigentlich nichts mehr anbrennen. Aber die Krake, die sollte er sich meines Erachtens noch holen, weil die hat er absolut verdient. Und ihr könnt mir auch gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr weiterhin auch Flugzeugträger-Gameplays sehen? Wegen mir können wir das gerne auch öfter mal wieder machen. Aber ihr seht, es ist halt hektischer als das, was man halt sonst so sieht. Also das solltet ihr bitte beachten. Deswegen lasst mich das wissen, was ist eure Meinung dazu. Ja, weiterhin Flugzeugträger oder nein, war ein schönes Intermezzo. Aber braucht man nicht immer. So, die Schiffe von ihm nähern sich langsam, aber sicher den Gegnern an. Alle drei sind jetzt auch offen. Ja, kommt da noch. Ne, leider kein Schaden, den er hier anrichten kann, nur ein Ausfall. Aber der ist nicht wirklich zielbringend. Mittlerweile, jetzt hat er auch wirklich keine Bomber mehr. Die Staffeln sind alle ausgelöscht. Torpedos hat er noch einige und Jäger noch ein paar. Aber so fleißig, wie er bisher war mit 31 Flugzeugabschüssen, da kann man ihm definitiv nichts vormachen. Und 26 Torpedotreffern ist wirklich ein Haufen Holz. Wie gesagt, einmal noch schön treffen. Die Krake sollte er sich definitiv holen. Zwei Schiffe hat er noch. Eines braucht er davon, sodass er sich die holen würde. So, da ist die erste Taiho. So, jetzt kann er da fast schon durchfliegen, weil der Gegner da sich so ein bisschen gerade selber aus dem Konzept kommt. Jetzt schickt er aber die Jäger wieder zurück. Geht er auf die Taiho. Torpedos im Wasser. Zwei müssen treffen, zwei treffen. Und das funktioniert. Krake hat er da mitgeholt. Und was ist mit der Ranger? Geht da vielleicht auch noch was? Ranger steht da auch im Wasser. Ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.